Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution News Video. Und ich habe im Internet bzw. auf Reddit einige neue Screenshots gefunden, die wirklich coole Sachen über das Update bzw. DLC verraten. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir fangen aber jetzt erstmal im Hintergrund mit einem Screenshot von dem neuen Brachiosaurus-Skin an. Der wurde im Developer-Livestream tatsächlich schon gezeigt, der Screenshot. Hier sieht man nochmal ganz gut den Jurassic Park 3 Brachiosaurus-Skin. Das ist dieser grünlich-rote. Ist ein sehr schöner Skin. Hier kann man den nochmal ganz gut erkennen. Ich kann auch nochmal ein bisschen ranzoomen, damit man die Farbe ein bisschen besser sieht. Und ja, ist ein sehr, sehr nicer Skin. Hier sieht man den Skin auch nochmal ganz gut. Hier sieht man sogar mal ein bisschen den Kopf so ein bisschen besser. Da kann man die Farben sehr, sehr gut erkennen, auch gerade im Vergleich zu dem Hintergrund hier. Ja, ich finde ihn wirklich, wirklich schön und ist halt der Original-Jurassic-Park-3-Skin. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir einen Terranodon im The Lost World, also Jurassic Park 2-Skin. Also zumindest von der Art her. Es ist nicht ganz genau der Skin, aber relativ ungefähr. Sorry für die schlechte Auflösung. Der Screenshot war leider nicht in einer besseren Auflösung aufzufinden. Aber ich muss sagen, der Skin sieht sehr cool aus. Besonders hier oben, das gefällt mir sehr gut, dieses Türkise hier am Kopf. Das zieht sich auch so ein bisschen über den Körper runter. Ist ein sehr, sehr nicer Skin. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Skins die Terranodons dann am Ende haben werden. Als nächstes haben wir hier einen neuen Ankylosaurus-Skin. Man sieht leider den Schweif hinten nicht, aber man sieht schon sehr schön die Farben. Man muss ja sagen, dass der Ankylosaurus momentan in Jurassic World Evolution relativ langweilige Skins hat. Aber das hier ist der Jurassic Park 3-Skin, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, weil ich bin nicht der Mega-Experte. Ich glaube, ihr kennt euch besser aus. Ist ein sehr schöner Skin hier. Hier das Rot, dann das Grün hier. Hier unten so ein bisschen goldenbräunlich. Also ein richtig, richtig nicer Skin. Und ich finde es richtig cool, dass diese ganzen Original-Skins in das Spiel kommen. Der nächste Screenshot ist auch wieder aus dem Developer-Livestream von Frontier direkt. Und der zeigt nochmal zwei schöne Triceratops. Ich finde ja, das neue Model sieht so nice aus. Hier sieht man das richtig gut. Hier sieht man vorne den Kopf. Der hat sich halt komplett geändert, auch von den Hörnern und so her. Und hier sieht man von der Seite den auch nochmal. Also das ist ein perfekter Screenshot. Ich weiß gar nicht, welcher Skin das ist. Es ist auch Jurassic Park 3. Kann das sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr wisst das sicherlich. Auf diesen Screenshot sehen wir nochmal in etwas besserer Auflösung. Weil bis jetzt konnten wir den ja kaum in guter Auflösung sehen. Nochmal den Compi, beziehungsweise Comsognathus. Hier ist er, der Kleine. Ist sogar ein bisschen größer als die Grashalme. Also hier sieht man das ganz gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Leute da im Hintergrund in Panik sind, wegen dem Compi. Oder ob da noch irgendwas Großes auf sie lauert. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube im Jurassic World Livestream haben die, immer gesagt, dass die keine Gäste angreifen. Aber es wäre natürlich cool, wenn die dann wirklich so in einer Gruppe, zu dritt oder so, sich an Gästen zu schaffen machen. Das wäre schon witzig. Da müssen wir uns dann überraschen lassen. So Leute, jetzt wird es langsam interessant. Hier sehen wir nämlich den neuen T-Rex. Zweimal gleich. Hier haben wir so einen bläulichen Skin. So ein bisschen bläulich-gräulich. Und hier ist der... Ja, da sind sie sich auf Reddit glaube ich auch nicht ganz sicher. Das steht zumindest bei, entweder von Jurassic Park 3 oder The Lost World, der männliche Tyrannosaurus. Vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich kenne mich mit den Skins halt auch nicht so aus. Ich finde das ist auch mal schwer zu erkennen, weil es in den Filmen meistens sehr dunkel und sowas ist, wenn der T-Rex kommt. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne kommentieren, äh, kommentieren, diskutieren unten in den Kommentaren. Könnte von beiden Filmen sein. Aber es ist halt ein richtig cooler Skin. Hier sieht man den wirklich nochmal sehr, sehr gut. Und da sind wir schon beim nächsten Bild. Sorry Leute, falls euch das hier alles ein bisschen zu schnell geht und gehetzt rüberkommt. Es ist nicht gehetzt, aber ich will es hier nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich habe einige Screenshots und das Video soll hier nicht 30 Minuten lang werden. Hier haben wir auf jeden Fall ein Raptor von Jurassic Park 3. Und was da natürlich auffällt, ist erstmal dieses coole Rote hier oben. Also dieser rote Streifen. Und allgemein die Färbung ist mega nice. Und natürlich hier oben diese, keine Ahnung, wie man das nennt, Haare, Brosten. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber richtig, richtig cool. Ich glaube, das hat auch bis jetzt nur dieser Skin. Aber das werden wir gleich sehen, weil ich habe noch einige Raptoren-Skin oder Screenshots auf Lager von Raptoren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt zum nächsten. Und der nächste Screenshot zeigt uns einen Velociraptor mal wieder. Das ist der weibliche Skin von Jurassic Park 3 bei Nacht. Und er sieht einfach komplett anders aus. Das ist richtig cool. Also der hat nicht diese Borsten hier oben. Der Skin sieht mega nice aus, auch gerade in dem Mondschein. Ich würde den auch gerne mal bei Tag sehen, weil man kann nicht so ganz einordnen, welche Farbe das ist. Könnte gräulich sein, das könnte bräunlich sein, bläulich sein. Sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber sieht schon sehr bedrohlich aus. Ich meine, guckt euch den mal an, den neuen Raptor. Aber der guckt einfach viel böser. Und allgemein so, das ganze Gebiss und die Zähne, das ist schon richtig, richtig krass. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem weiteren Raptoren-Skin, auf den lange gewartet wurde und der sich oft gewünscht wurde. Nämlich der Tiger-Raptor. Und der sieht richtig cool aus. Also das ist ein richtig nicer Skin. Den wollten viele haben. Und jetzt bekommen wir ihn endlich. Und ich finde, man sieht hier ganz gut, eigentlich an dem Skin, dass der wieder komplett anders ist von der Kopfform hier oben, als der Raptor-Skin, den wir vorhin gesehen haben. Das sind auch nicht nur diese Borsten auf dem Kopf, das ist auch hier vorne bei der Nase dieser Knochen und so. Also die haben, Frontier hat richtig Arbeit in diese Skins gesteckt. Die unterscheiden sich halt sogar von der Form. Also nicht nur von der Farbe, auch von der Form. Und das ist einfach richtig cool, das momentan so detailgetreu gebaut wird. Ich feiere es richtig. Und der Raptor-Skin hier, der sieht richtig nice aus. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir sogar eine neue Funktion, beziehungsweise Animation, die in Jurassic World vorhanden sein wird. Nämlich können die neuen Kompis von Velociraptoren, wie es hier aussieht, gefressen werden. Das heißt wahrscheinlich auch, dass die Kompis von anderen kleinen Fleischfressern gefressen werden können, zum Beispiel den Trodon oder sowas. Ich finde es mega nice, wie das aussieht. Er ist einfach so klein. Guckt euch das mal an. Wenn ihr überlegt, der Raptor ist ja auch nicht der Größte. Und der steckt hier einfach fast komplett in dem Maul von dem Raptor. Oh, da tut mir auch leid, der Kleine so ein bisschen. Aber der hat auch echt viele kleine scharfe Zähnchen. Entschuldigung, muss man ja sagen. Aber der Raptor auch. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Und zu guter Letzt kommt auf jeden Fall das Highlight hier von den Screenshots. Oh mein Gott, Leute. Es ist soweit. Endlich können große Fleischfresser, zumindest der T-Rex, den Raptor, aber ich gehe dann auch mal von anderen Fleischfressern aus, einander fressen. Also ob der Raptor jetzt im Rudel den T-Rex erlegen kann, das bezweifle ich. Aber auf jeden Fall kann der T-Rex den Raptor hier angreifen und dann vermutlich auch töten. Es wird endlich eine Animation dafür geben. Das gab es ja vorher gar nicht. Die haben ja gar nicht gegeneinander gekämpft. Das war auch immer sehr, sehr schwierig, wenn ich Battle Royales oder so gemacht habe. Weil die beiden sich dann gegenseitig sozusagen nicht angreifen konnten. Aber endlich wird es diese Animation geben. Ich bin richtig gehypt. Das ist mega nice. Und ich finde es einfach krass, wie dieses Update bzw. DLC immer weiter oder immer mehr wird bis zum Erscheinungstermin. Das habe ich noch nie erlebt. Also es wird immer umfangreicher. Ich hätte nie gedacht, dass dieses DLC bzw. Update so krass werden wird. Aber ich bin mega gehypt, Leute. und dieser Screenshot hat mich wirklich umgehauen. Also es ist richtig, richtig krass. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video gut informieren. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, würde ich mich auch selber ein Abo freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Dandi. Dandi.